Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr dachtet wahrscheinlich heute kommen die Freizeitpark-News, leider ist das Ganze auf morgen verschoben worden. Stattdessen kriegt ihr jetzt die Outtakes vom Saisonstart-Report, das ist ein Video, was ich schon etwas länger vorproduziert hatte. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Jetzt nehme ich auf. Wir stehen hier vor dem Skys... Ne, nicht vor dem Skys... Ich sage immer vor dem. Ja Kevin, ich stehe hier jetzt gerade vor der Neuheit vom letzten Jahr, dem Skyflow... Kann ich uns mal mal anschauen. Guck ihn jetzt und seht an. In der Show erwarten euch jetzt. Lass mich komplett drauf, wenn ich auch laut genug. Ich stell mich dahin, wo du stehst und guckst. Okay. Ich stehe hier vor dem Aquastadion im Lederpark und es ist kalt. Geh ich das hier hin? Hau rauf, geh wieder. Kiwi, Kiwi, Kiwi. Kiwi, Kiwi, Kiwi. Nein, mein Handy schaltet sich in 30 Sekunden aus. 30? Ja. Also ich kann nicht sagen, wie das ist. So, okay, egal. Ich mach das jetzt. Ist dir der angezeigt? Ja. Wir stehen hier gerade vor dem Aquastadion im Lederpark und in der Schauer war... Fotobomber, ja. Alter, halt die Krasse. Warte, komm gleich nochmal. Warte, jetzt. Wir stehen hier vor dem Aquastadion im Lederpark und in der Schauer war... Nein. Wir stehen hier vor dem Aquastadion im Lederpark und in der Schauer erwarten euch coole Stunts und ein wenig Comedy. Wir stehen hier vor dem Aquastadion im Lederpark. Also nach der Vor... Okay. Ja. Also... Hör ich doch. Du bist so komisch überbelichtet. Warte mal. Warte mal. Ich stell mich mal hier hin. Setz ihn an. Ja, das liegt an der Lichtern. Schau, dann musst du eine andere Richtung machen. Da steht noch eine Müllsonne. Da steht noch eine Müllsonne. Das ist doch nicht normal. Da steht immer eine Müllsonne. Warte, dann machen wir es woanders. Ja, ich habe eine Idee. Nein, 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 nein. Ich nehme. Nein, 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 nein. Nee, nein. Ich habe eine Idee. Stell dich da vorne hin. Wir filmen in die Richtung. Ja, natürlich. Ja, das passt besser. Okay. Lässt du es dann auf? Ja.